Ich hatte so ein Gefühl. Ein ganz komisches Gefühl. Na, Mabels? Das Flugzeug explodiert gleich! Das ist kein Witz! Das ist kein Witz! Wir werden aus der Maschine geschmissen, bloß weil Browning schlecht geträumt hat. Ich hab's gesehen. Das Flugzeug explodiert gleich! Es explodiert gleich! Deinetwegen bin ich noch am Leben. Man sagt, die Stunde des Todes ließe sich nicht vorhersagen. Aber der Tod könnte noch heute Nachmittag kommen. Vielleicht war Tod nur der Erste von uns. Indem ihr das Flugzeug verlassen habt, habt ihr den Tod ausgedreht. Das war Zufall. Im Tod gibt es keine Zufälle. Und keinen drin. Du musst nur herausfinden, wie... und wann er es sich euch holen will. Diese Botschaft weist auf einen Plan hin. Wir werden sterben. Außer wir entschlüsseln die Zeichen und tricksen ihn damit wieder aus. Der Tod ist noch nicht fertig mit uns. Ich weiß, wer der Nächste ist. Kein Mensch bestimmt über Leben und Tod. Es sei denn, er nimmt Leben und verursacht Tod. Ich werde das nicht zulassen. Bist du jetzt Gott, oder was? Bist du jetzt Gott, oder was? Wer ist der Nächste? Aber das ist etwas 울enssorgernd. Und schnell ist er. Bist du jetzt auch. Bitte, du jetzt neben mir. Vielen Dank.